Hey, Internet und YouTube, zurück bei den Darkness. Zwei, ich habe 12,46, 6200, ich kann nicht lesen. Dämonenheber, hab ich. Wie auch immer das? Ne, hab ich. Whatever. I don't care. Luftfinsterlegen, ohne interessant. Blödsinn. Mehr Gesundheit, sehr wichtig für mich. Drück F und er hat eine Feinde für ein paar Sekunden betäubt. Jupp. Jupp, danke. Schon überzeugt. Dankeschön, danke. Danke, danke. E für was? Kuh für... Wieso? Kuh? Ah. Uzi, Baby, Uzi. Was ist denn? Wer zum Teufel hat dich engagiert, Zwifti? Du siehst nicht schlau genug für so eine Aktion aus. Leck mich, du warst schwach, ich habe es ausgenutzt. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst, Flachwixer. No, 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 no. Ich habe diese Eisenstange. Ich werde sie benutzen. Für nichts. Wow. Das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Wo kommt dieses verabschiede Licht? Findest du das lustig? Hey. Gib mir den Mist. Wirf das auf den Kran. Ja, auf den Kran. Ich habe es daneben geworfen. Das war sowas von klar. Das war ja... Hey, hey, hey. Jeder kann mal daneben... Das bringt nichts. Das ist über keinem Space-Fokus... Okay. Jetzt, I did it. Oh, da kommen Freunde zum Spielen. Komm her zu mir. Wenn man es zweimal erwähnt, wird es nicht besser. Gib mir so ein Ding, gib mir so ein Ding. Wuhu. Dann eben. Go, 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 go. Du bist tot. Du bist tot. Das brauche ich mal in einem Herz. Oh. 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 Du kannst doch nicht schon sterben. Gib mir... Oh, du hast was. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Der war daneben. Hey. Mann, ich wollte ihn aufheben. Gib mir das, was ist denn mit diesem... Wo ist das verdammte Aufheben, wenn man ihn braucht? Oh, Mama. Ah, da drüben bist du, du Idiot. Hier. Danke. Das kann doch, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jesus! Hey, bloß keine leeren Versprechungen. Welche Lichter? Gib mir lieber so ein Ding. Gib mir lieber dieses Popal, Baby. Na also. Na also. Gib mir. Warte, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Gib her. Erledige es mit dem Scrum, Baby. I did it. Gib mir dein Herz. Auf was hast du seit Jahren gewartet? Dein Tod, du Idiot. Das räumt sich. Hey, komm her. Du sollst herkommen. Jesus! Ich kann dich nicht aufheben. Gib mir das. Bist du noch nicht tot? Ich bin so hungrig. Und Munition. Gut, dankeschön. Swifty, friendly, swift. Wo ist der Idiot? Swifty? Swifty? I'm coming to you. I'm coming. Dankeschön. Das wollte ich schon immer mal haben. Ja, das war super. Lasset mich mal kurz hier rauf gehen. Oh Gott! Lass mich kurz hier rauf. Und jetzt springe ich. Nicht hier rüber. Okay, ist ja kein Thema. Ist ja kein Thema. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Oh, drühe ein. Oh, Jenny. Der Job macht so viel Spaß. Ein bisschen für mein Denken. Rattengesicht? Kleines Mäusek-Bierling. Komm, setz dich zu mir. Ich würde dir ein Bier ausgeben, aber vor morgen wäre das verboten. Ach so, ich kann mich bewegen. Okay. Willst du dich einen Moment zu mir setzen? Hier hinten ist noch ziemlich dreckig, Jenny. Ich verliere meinen scheiß Verstand. Ich habe Giancarlo gefragt, ob ich ihn in deinem Geburtstag frei bekomme. Er wollte mir erst blöd kommen, aber mein Bambi-Blick hat ihn total umgehauen. Er will dir sogar einen Kuchen backen. Ich dachte, du könntest vielleicht in meine neue Wohnung kommen und wir könnten uns einen Film ansehen. Mh, einen Film, ich verstehe. Hallo? Ich dachte gerade über den Film noch. Er und Jackie. Gehst du gut? Jenny, passiert das wirklich? Ja. Du und ich, jung und verliebt. Sieh's ein. Du hast wirklich Glück. Oh, ich liebe dieses Lied. Tanz mit mir, Jackie. Komm schon, Schläger. Du kannst das. Ich glaub an dich. Ich weiß nicht, was das hier ist. Es ist mir auch scheißegal. Ich denke jeden Tag an dich, Jenny. Jede Sekunde an jedem Tag. Du bist so lieb, Jackie. Hab ich dir das je gesagt? Und dein Mörder. Du schwiegst den harten Typen. Aber tief in dir schlägt dein weiches Herz. Weißt du das? Was mit dir geschehen ist, war meine Schuld, Jenny. Hör dir das Lied an. Hör auf die Worte. Ist das nicht wundervoll? Ich wünschte, ich könnte alles ändern. Ich wünschte, du würdest leben. Ich sollte eigentlich tot sein. Jackie, wir sind nun zusammen. Das ist alles, was zählt. Ich erinnere mich immer noch an unsere erste Begegnung. Weißt du noch? Die anderen Kinder haben mich geärgert. Nur du nicht. Du. Du warst mein einziger Freund. Du hast mich gerettet, Jenny. Und ich hab dich sterben lassen. Nein, nein, nein. Giancarlo kommt erst in einer Stunde zurück. Wieso kommst du nicht rüber für einen Moment? Wie wär's mit einem Muffin? Ich weiß genau, wo du den Muffin versteckt hast, Jenny. Jenny! Verdammt! Du wirst getäuscht! Lass mich allein! Du bist allein, Jackie! Wo ist der Muffin? Lügen! Nichts als Lügen! Warum sehe ich Jenny? Was weiß ich, Äffchen? Hat sie doch diesen süßen Arsch! Absolut. Was geht dich das an? Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen in YouTube. Macht's gut. Tschüss!